Sachen automatisch da rein sortiert werden. Komm her Fisch, dann kannst du... Oh mein Gott, Sanja, komm da draußen! Guck's dir an! Komm her! Hier! Reol, sag, los. Los. Ja, du musst Ansage machen. Raul, sag, los! Gib Gas! Warte. Moin, moin. Achso, warte. 3, 2, 1. Moin, moin und herzlich willkommen. Boah, Reol, Alter, zähl bitte runter. Du hast doch schon 3, 2, 1 gemacht. Nein, zähl bitte runter jetzt, mach es doch vernünftig. Komm, ich glaub dich, du bin netter. Komm, jetzt anfangen, Mann! Zähl! 3, 2, 1. Moin, moin und herzlich willkommen. Zähl bitte runter jetzt. Mach es doch vernünftig. Komm, ich glaub dich, du bin netter. Noch nie. So eine unproduktive Aufnahme gehabt wie heute. Hä? Ja, du sagst jetzt ungefähr jeden Tag. Ja, weil es einfach jedes Mal die behinderte Scheiße mit euch ist. Wir wollen anfangen aufzuleben. Ja, okay, wer macht Ansage? Ja, ich. Okay. Hallo! Hallo! Ich wollte runterzählen. Das ist doch wieder 15 Minuten hier, Dampfdruck-Turbine, Alter, die einfach wieder lacht für so einen behindert hat. Das war nicht Early Boy für alle, die es jetzt nicht verstanden haben. Boah, ich komm nicht klar auf dieses Projekt, ohne Scheiß. Ich hab so gedacht am Anfang, ja, geil, mal wieder ein Projekt, wo wir ein bisschen Chilli-Milli was bauen und so. Und was ist? Nach harte 6, nach harte 6 denkt er noch hier Chilli-Milli. Was geht denn mit dir falsch? Ja, äh, ja. Spätestens bei harte 6 hättest du ja bemerken müssen, wie behindert wir alle sind. Ja, warte, jetzt schließt sie sich nicht auf mich. Ich muss meine Sachen finden. Siehst du? Schon wieder, schon wieder Zander, schon wieder. Äh, ich bin Zander. Ich hab nichts Schlechtes gemacht. Nein! Ich hab mir in der letzten Folge meine schöne Bungo-Trommel hochreaktiert. Jetzt, jetzt schreie ich ganz laut, damit ich Ron unterbreche. Nein, so geht das nicht weiter, Zander. So geht das nicht weiter. Jetzt müssen deine Sünden auch mal auf die Anklagebank geworfen werden. Und zwar bist du für den Tod von Tromli verantwortlich. Ja? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? So, mal eben kurz für euch die Info. Bevor das hier alles so lange dauert. Warum bin ich hier unten? Hier oben geht mega die Action ab. Ich bin eben hier runtergefallen und hab, keine Ahnung, Creeper und Tau-Skelette und was weiß ich am Arsch gehabt. Und hab mich jetzt hier in die Hülle gerettet und hab nur noch ein halb bis jetzt. Und ich mach wieder im Team-Scanche. Ja? Immer, immer, immer schon, immer schön sagen. Ja, Reol, behindert, disliked alle Reol. Bäh, 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 bäh. Ich hab nen dicken Fischcock und so. Ich hab... Ja, das stimmt wohl. Ja, wenn du nen Fischcock hast, dann würde ich mir echt Gedanken machen. Fischcocks? Ich hab nen Wahlcock. Ja. Du bist aber nicht CRD. Ja, in real life, ne? Und dann, keine Ahnung, wenn... Naja. Und dann bist du unmächtig. Warte, Noah. Warte. 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 Ich wusste, worauf du denn aus willst, ey. Ja, weil du einfach nur wehst. Geh kacken! Wie kann man die... Wie ja unten einfach ne Skelett-Party stattfindet! Fick dich, Junge! Was? Ohne Scheiß! Wie ich einfach übelst viel gefarmt hab. Wie ihr mir einfach mal helfen könnt, meine Sachen wieder zu finden. Du wolltest das... Nein! Schon wieder! Schon wieder! Ja, jetzt sind wieder Rion und Early Boy schon. Weil du von nem fucking Creeper hochgeblasen wurdest. Ja, und ihr mir einfach null helft, ihr Lappen. Ja, ja. Wer wollt ihr denn als Early und Reol hier den totalen Krieg machen? Wer wollt ihr denn sonst auch nur Scheiße machen? Ja, und wieso sagst du nicht einfach... Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ne. Sander! Wie ich mir schon wieder extra ungesagt hab, Lappen, weil... Nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl, weil ich einfach nur... Weil ich schwörst du nicht. Fick dich doch. Weil ich doch sowieso nix hab. Wir können den Scheiß dann hier schließen. Ja, noch nicht mal. Ich hab absolut keinen Plan, wo wir... Ey, bin ich denn niemals in unsere Höhle reingegangen. Soll ich dir helfen, Sander? Sander! Ich hab keinen Plan, wo ich reingegangen bin, ey. Sander! Ob du behindert bist, hab ich gefragt. Gut, ich hab... Ich hab ne Treppe nach unten gebaut, aber ich weiß nicht mehr, wo. Alle Zuschauer, ich habe jetzt gefragt. Er möchte keine Hilfe. Ja, ich will Hilfe von... Ja, dann sag das doch, verfick doch nochmal. Ich frag dich. Ja, willst du Hilfe? Du sagst nichts. Soll ich das irgendwie schlecken, oder was? Weil ich 25 Mal jetzt gesagt hab, dass es geil wäre, wenn ihr mir helft, meine Sachen zu finden. Ja, bin... Wenn du jetzt trotzdem nochmal fragst und einfach nur... Alter, verdammt Frist. Ja, nur damit du nicht hinterher sagen kannst, Äh, Jol, das bin ja nur unproduktiv. Äh, 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 äh. Guck mal, ich bin sogar vor dir da, Alter. Hm? W-w-wo bist du vor mir? Ja, hinter dir. Hahaha! Du brauchst mir nicht... Du brauchst mir nicht hinterherlaufen, Alter. Du sollst irgendwo anders nach dem Eingang gucken. Hä? Bist du Pinan? Soll ich dir helfen mit deinen Sachen suchen? Ja, weil... Wenn du mir hinterherläufst, dann kann ich genauso gut selber suchen. Ich brauch... Ich weiß nicht mehr, wo ich reingegangen bin. Ich brauch irgendwo nen Eingang. Von ner Höhle. Das ist natürlich gut. Ich helf dir trotzdem. Boah, ich raff's nicht, Alter. Warum markierst du dir das denn nicht? Ja, Junge, weil ich die Karte einfach nur behindert finde, die wir hier haben. Das ist die behindertste Minimap, die ich je hatte. Die gibt's ja auch bei Hero. Und jedes Mal, wenn du den Ding ins Neustart ist, ist es einfach weg. Die Karte. Ist einfach alles wieder gelöscht. Die ganzen Dinge sind gelöscht. Ich hab ein bisschen hier Wegpunkte. Launch-updatest. Ja, ich hab das voll. Ich hab hier schon mehrmals Wegpunkte gemacht. Und die sind immer wieder weg. Achso, Wegpunkte. Ja, was denn sonst? Sag mal. Ihr habt doch not enough items. Ne, das hab ich nämlich. Hab ich eigentlich verlieren. Ne, bei mir ist das wieder weg. Lol, Alter, das gibt's doch nicht. Oh nein, Leute. Oh, bringt's nicht. Habt ihr es nicht? Ne. Ich hab's. Ja, dann sag mal bitte, wie man nen Hopper crafted. Ja. Und was krieg ich dafür? Warte. Warte. Ich hol's raus. Der hat sich gettet von Earlyboy. Was kannst du da? Der war jetzt nicht witzig, Earlyboy. Der war jetzt einfach nicht witzig. Du hast es jetzt schon wieder scheiße platziert. Du hast es einfach wieder versaut. Du hast den Witz ausgelutscht. Jetzt erzähl, wie crafty den scheiß Ding. Du hast den Witz ausgelutscht. Wie crafty den scheiß Ding. Jetzt hau rein, Mann. Ich will produktiv sein, diese Folge. Ja, wie du... Ach, Alter. Du brauchst Iron Ingot und ne Truhe in der Mitte. Fertig aus. Und du musst dieses Iron Ingot zwei oben links. Also oben links, dann in der Mitte links. Und... Ach, Alter. Du weißt sowieso nie, wie das geht. Das wär halt dein Gesicht, Alter. Hoppa. Baust wie... Baust wie ein... Baust wie ein... Baust einfach wie ein... Ein Eimer. Hab schon. Nur, dass du oben links und rechts noch einen drüber setzt. Boah. Hat jetzt echt lange gedauert. So ne Biene verschluckt, Alter. Ach, komm. Ich könnt kotzen, Alter. Ich könnt echt kotzen. Ohne Scheiß. Ich versteh's nicht, wo dieser Eingang ist. Ich bin überhaupt gar nicht so weit weg gegangen. Versteh's nicht. Ich hab mich irgendwo einfach reingebaut. Ich bring mich jetzt nochmal um, weil ich einfach... Einfach nur behindert. Du könntest das auch so machen, wie ich mal gemacht habe. Da. Einfach in deiner Folge gucken. Da ist ja oben die Minimap. Das muss ich mich jetzt nochmal umbringen. Geil. Dann fahr' ich nämlich ein paar wertvolle Ressourcen. Dann wende ich nämlich... Kann ich nicht mehr rennen, Alter. Wie behindert ist einfach nur das. Machen wir Slashkill. Oh! What the fuck! Jo, läuft bei dir. Junge, hier war einfach ein Creeper drin. Aber die Tür funktioniert noch. Jetzt ist alles kaputt. Ja, guck mal. Der chillte hier. Oh, Mann. Ich könnte so kotzen. Ohne Scheiß. Wie kommt der denn hier rein? Wo denn? Wo denn? Direkt bei... Da hinter der Eisentür. Der stand direkt hinter der Eisentür. Was ist alles im Arsch? Eigentlich nicht. Das ist nur ein bisschen Greenstone. Also aber nichts wertvolles. Oh, geil. Saturnwerbung. Hä? Du bist in dieser Folge gestorben, Sander. Die wir gerade eben aufgenommen haben. Die hast du noch auf deinem PC. Ja, lol. Nein. Die ich einfach... Jetzt gucke, wo der Höhleneingang ist. In der Folge, die online ist. Achso, okay. So, ist alles wieder repariert. Reol war produktiv. Yo, Dolmkino und Andi gönnen sich hier Triple-Ehebett in der Base. Hast du jetzt erst gemerkt? Ja, toll. Unter der Karte stehen bei mir aber keine Koordinaten. Ja, aber du siehst doch, wo die Karte ist. Also, du siehst ja, wie es aussieht auf der Karte. Warte. Oder... Ah, nein. Das ist ja bestimmt dieser Höhlen-Map dann, ne? Muss ich beeilen, das ist diesmal bald. Da. Ja, er ist ja nicht im gelandenen Chunk. So, das ist... Wenn ich es genau sehe... Hier ist der Knick. Aber wie... Alter, warte, wo bin ich denn da? Doch, einfach M. Bin da irgendwo auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall in irgendeinem Waldanfang. Und so einfach ist das gar nicht. Da ist ein Tinnenfisch. Yo, übertreiben, die Map ist riesig bei mir. Na, warte mal. Das ist doch schon gut. Wie du mir einfach meinen ganzen Tag doch nicht. Da ist ein See. Da. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen produktiv sein, ne? Liebe Freunde. Jetzt war da an der Seite, oder was? Jetzt raste... Boah, ich raste aus. Da bin ich siebenmal dran vorbeigelaufen. Hast du was in der Nase, lieber, oder was war das gerade? What? Hast du was in der Nase, oder was war das für ein Geräusch? Da ist es. Ich glaub's nicht. Wie simp... Boah, ich kann aus. Hast du deine Sachen? Nein, ich muss jetzt erstmal in das Loch rein. Das ist wie im Sexualkundeunterricht, damals in der Schule. So, wir reden jetzt gleich über ein Thema, wo man bitte einfach sich zusammenreißen sollte und ein bisschen erwachsen sein sollte. So, wir fangen an. Das Penis... Der Penis muss in die Parue rein. So lacht ihr die ganze Zeit. Die Fresse ist gar nicht wahr. Siehst du, Early auch. Ja, Early ist auch... Beim Geschlecht so... Der macht... Ja, genau. Jürgen, warum kriegt man aus Schafen eigentlich kein Essen? Ja, ernsthaft, ne? Gibt in den Schafkebap. Ja, in Big Dick gibt's das. Ja, lustig. Das Mod pickt, was ich momentan spiele aus Big Dick. Ja, nur weil's zu mir passt. Das Mod nach mir bedacht. Was? Hast du irgendwas verstanden, Sander? Nein, Mann. Wenigstens hat er diesmal selbst eingesehen. Das ist nicht lustig, wahr? Boah, ich komm nicht klar. Junge, ich bin so produktiv, Alter. Ich pflanze Samen in den Boden. Ja. Samen, hö. Ja. Und das ist wieder witzig. Ich stell mir das grad so vor. Ey, ohne Scheiß. Jetzt passt ich aus. Oh, geile Erde. Ja. Penis. Total. Alter, guck dir mal um die Klappe halten! Wir gehen auf die ganze Zeit! Das ist die falsche Erziehung. Also er redet nicht grad von Ingame, sondern von seinen Kindern, die eine Etage über ihm spielen. Ja, genau. Entschuldigung Leute, ich muss aber die ganze Zeit immer auf den Desktop und dann... Ah, jetzt lockt das Video nicht, weil ich es auf einen anderen Desktop bezogen hab. Aber ich denke das ist okay, weil das geht ja auch schon um deine Sachen. Ach man, Alter. Was ist denn jetzt los mit dem Video? Oh, jetzt schallt der das Video wieder nicht. Kann man mal relativ schnell ausrasten hier. Weil der ist nur auf dem einen, auf dem linken Bildschirm abspielt. Wie lächerlich ist das denn? Ne, jetzt spielt das gar nicht mehr ab. Röff bei mir! Okay, ich bin auf jeden Fall in irgendeinem dunklen Bereich eingelaufen. Das hört sich gut an. Das heißt, wahrscheinlich bin ich hier oben irgendwo lang gelatscht. Guck mal was hier so ist. Kacke. Ach doch, ich hab mein Weg jetzt ein paar Fäckelchen gemacht. LOL! Hä? Nein, ich glaub die Sachen sind despawned. Ernsthaft? Ja. Weiß. Weil hier nämlich ein Zombie gerade 39 Iron Bars in der Hand hatte. Geil. Läuft. Ja, läuft echt. Ah! Ah, geil. Boah, da kam auf einmal Sand von oben. Boah, jetzt kannst du so ein Zombie töten, Alter, indem du einfach nur einen Schaden pro Minute machst. Einen Schaden pro Minute? Ja, im übertriebenen Sinne, Early Boy. Boah. Alter, das geht doch gar nicht. Das geht überhaupt nicht, das verstehe ich nicht. Das ist für mich nicht logisch. Boah, Scheiße, ich hab jetzt richtig schlechte Laune, Alter. Das kann's jetzt nicht sein. Vor allen Dingen, weil einfach dieses behinderte Video nicht startet. Einfach mal so. Läuft bei deinem PC. So, hier unten ist das Loch genau. Das ist für Abspacker. Okay, David. Okay, warte mal. Jetzt bin ich fast auf der Spur. Okay, bam. Super. Ja, das war genau an der Stelle. Es ist alles despaunt. Fuck. Hattest du ein extrem wichtiges dabei? Naja, ich hatte den Gleiter dabei. Also den Hänggleiter. Der Gleiter, der geht relativ schnell. Ich hab den Hänggleiter dabei. Ja, dann hab ich aber auch Diamanten dabei. Und schon wieder! An der gleichen Stelle! Alter, ich könnte kotzen. Ich scheiß drauf, Alter. Die Iron Bars sind mir kack egal. Jetzt hab ich einfach zwei Folgen damit verschwendet, meine Sachen wiederzufinden. Junge, da merkt man einfach mal, wie behindert Creeper in diesem Spiel sind, ne? Ernsthaft. Ohne sie wär's doch tausendmal besser. Nein. Dann, ganz ehrlich, nein. Dann wird es doch mal lustig sein. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber mich fuck das halt voll ab, Alter. Jetzt hab ich einfach alles verloren. Und weil ihr so mega produktiv seid... Ja, wir wieder. Ey, ich bin produktiv! Haben wir jetzt einfach überhaupt gar keine Rohstoffe mehr. Und wir hätten einfach so viel gehabt, wenn ich jetzt alles abgegeben hätte. Ja, ich geh nicht immer uns die Schuld. Geh nicht immer folgen. Doch, es ist aber eure Schuld. Weil wir jetzt einfach nur ne... Ich muss mit ner Stein-Pickax arbeiten, weil wir noch nicht mal Eisen haben, Alter. Komm her, hier! Warte, ich mach das nicht. Nee, jetzt sag nicht, du hast es in deinem Inventar. Warte, das wird zu viel. Eins, zwei, drei. Drei crafte ich noch. Drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Was drei? Was drei? Hälfte von Christo hier. Was denn drei? Ja, von den Hoppern. Was machst du denn? Wofür machst du denn Hopper? Ja, ich verbessere grad noch die Monster-Farm. Mach da so ne Kiste, so n Lager drunter. Die Sachen automatisch da rein sortiert werden. Komm her, Fisch. Du, das ist doch deine... Oh mein Gott, Sanja, komm nach draußen! Guck sie dir an! Komm her! Hier! Komm her, guck auf die Brücke, Alter! Jo, läuft bei dir. Ja, es war soo abzusehen, Earlyboy. Es war soo abzusehen! Ich reparier das. Aua! Ja, es ist soo abzusehen gewesen. Ey! Ernsthaft. Er rennt auf... Es sind vier Creeper auf der Brücke. Was macht Earlyboy? Er rennt auf sie zu. Ich reparier das. Er denkt sich Riolo. Ernsthaft. Das war so dumm, Earlyboy. Das war so dumm von dir. Ja, dann hab ich erst gemerkt, dass das Ding explodiert ist. Ja, das merkst du einfach erst, wenn du auf die Fresse gefallen bist, ne? Ernsthaft. Earlyboy, spring von der Brücke in den Rhein! Hm, er trinkt man da nicht? Ne, solche Fragen stellt sich Earlyboy nicht. Der springt einfach mal los und guckt, was passiert. Aua! Wir haben kein Holz, wir haben gar nichts, Alter. Ohne Scheiß. Holz hab ich... Ja, bringt mir nichts. Hab ich nämlich gerade gefarmt. Bringt mir jetzt gerade nix. Och man, das ist doch jetzt alles kacke, ey. Ich will trotzdem sagen, wir müssen die Folge wenden. Ernsthaft schon? Ja. Boah, wie ich einfach die Folge nix geschafft hab, Alter. Gar nix. Hier sind einfach zig Milliarden Zombie-Streeper. Jetzt regnet's auch noch. Boah, ey. Schlimmer kann der Tag gar nicht werden, ey. Ohne Witz. Ich könnte heulen. Okay, also wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bin auch gerade so ein bisschen froh, dass die Folge vorbei ist. Ich hoffe, es hat mich trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn ich mega angepisst bin wegen dieser Scheiße hier. Weil ich alles verloren hab. Und ich würde sagen, das zeigt uns im Grunde nur, dass wir beim nächsten Mal definitiv wieder anfangen müssen, Ressourcen zu farben. Ich bin auf dem Weg. Und uns langsam wieder vorzubereiten. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.